Ich habe schon direkt nach dem Spiel gesagt, dass von uns keine gute Leistung in der zweiten Halbzeit war, war nicht so gut. In der ersten Halbzeit konnten wir vielleicht ein paar Sachen mitnehmen, das war gut. Wir haben, glaube ich, zwei oder drei gute Torechancen gehabt, sehr gute, ja. Aber dann in der zweiten Halbzeit nach 2-0 und rote Karte war nicht mehr drin, ja. Und ja, Pokalfinale ist jetzt ein total anderes Spiel, ja. Weil du spielst gegen ein Derby in einem Finale und für uns ist in dem Spiel viel, ja. Und ich glaube, in dieser Woche haben ein paar Spieler auch verstanden, um was geht. Und ich hoffe, dass wieder unsere alte Leistung oder bessere Leistung auf den Platz bringen, ja. Ja, mit Sicherheit wird es nicht einfach. Saarbrücken ist eine starke Mannschaft. Nicht nur elf Spieler, die sind schon in der Breite sehr gut, ja. Die haben gut gearbeitet in dieser Saison. Es ist nicht ohne, wieso Saarbrücken Meister geworden ist. Und hat schon vor, ja. Ich glaube, in der Rückrunde war schon klar, dass sie auch Meister sind. Und wir müssen auch viel zu tun am Montag, wenn wir wollen den Pokal haben. Aber ich bin optimistisch, dass wir auch unsere Qualität haben und wir können auch den Pokal bei uns behalten. Das weiß man ja nicht. Die haben ja, wie der Leo schon gesagt hat, einen großen Kader, einen breiten Kader. Sie haben auch jetzt in der Schlussphase schon Spiele gehabt. Zum Beispiel in Schott Mainz, wo sie mit zehn Mann gegen den Abstiegskandidaten locker gewonnen haben. Und es war fast das B-Team. Wobei es gibt ja kein B-Team, aber es war zumindest nicht die Startelf. Sie haben dann mit der Startelf auch jetzt wieder gewisse Vereine in die Schranken gewiesen. Ich weiß es nicht. Das macht auch keinen Sinn. Wir müssen uns auf uns konzentrieren. Wir müssen die besten und die richtigen Elf auf den Platz schicken. Und wenn wir dann die Aufstellung haben, wissen wir auch, was uns erwartet, was das Personal betrifft. Ansonsten gehen wir davon aus, dass mein Kollege das 4-4-2 durchzieht. Und ob dann Bären, Schmidt oder Tausch oder Nostra steht. Ich glaube, damit sollte man es nicht befassen. Ja, relativ gut. Wir haben Moritz Göttl, wo jeder weiß, dass er nicht mehr zur Verfügung steht. Und natürlich auch leider Benno Mohr. Hat natürlich schon wehgetan letzte Woche. Aber ansonsten stehen alle zur Verfügung. Die angeschlagenen Spieler zähnieren wieder. Und von daher haben wir schon auch eine gute Auswahl. .